So Leute, heute kommt es mal mit einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor wir mit dem Video starten, Jungs, jetzt eben keine Facecam. Gleich geht es los mit der Facecam, weil ich vor 5 Minuten aufgestanden bin, kurzes Intro aufnehmen will und dann das Video anfangen will zu schneiden, weil ja, ich etwas verschlafen habe und das Video sonst nicht rechtzeitig online kommt. Und ja, lassen wir es lieber mit der Facecam, Jungs. Wie gesagt, ich bin gerade mal 5 Minuten wach. Es ist 26 gerade bei uns. Gestern hatten wir einen Livestream, League or Upgrade Packs. Das war der beste Stream, seit ich YouTube mache. Wir waren zwischenzeitlich so für eine Stunde, 1-2 Stunden in den Trends. Platz 50 in den Gaming-Trends. Wir haben 350 neue Abonnenten in dem Livestream gemacht. Jetzt auch 6 Abonnenten noch. Dann haben wir schon die 33.300, Jungs. Obwohl wir gestern gerade mal die 33.000 geknackt haben. Es ist nicht selbstverständlich. Wirklich, danke euch, Jungs, für euren Support. Und wie ihr schon im Titel gelesen habt, haben wir das ganze League or Tots gezogen. Es ist kein Clickbait, Jungs. Wir haben wirklich das ganze League or Tots gezogen. Wenn ihr mir nicht glaubt, genießt das Video jetzt. Viel Spaß. Es ist mit das beste Video auf meinem Kanal. Haut da rein, Jungs. Und ja, lasst sehr, sehr gerne einen Like da. Let's go. Also, Jungs, Cola-Dose, gönn. Wenn ja, verlose ich die Dose. Natürlich, Lea. Kann man nicht mal einen 80er. Hier ist egal, wenn ich nehme. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir einen R3-Pack machen? Kannst du machen, ja. Okay, Leon, danke für dein Abo. Und Lion und STX und wie ihr alle heißt. Okay, die Nummer 4. R3-Pack. Ich drück R3. Okay. Und jetzt. Da ist er doch. André. Ja. Was geht, Bro? Da ist doch safe noch einer. Na, aber okay. Nummer 2, André, Jungs. Also, zweiter Tots heute im Stream. André. Nehmen wir mit. André hieß einer aus meiner alten Klasse. Ich bin einmal zu Hause geblieben wegen dem. Also, ich bin nicht zur Schule gegangen, weil... Er ist jetzt kein Hater, aber er war halt so bekannt, dass er einmal im Jahr duschen geht. Und dann wurde ich halt von meinem besten Freund umgesetzt. Saß neben André da. Und da habe ich zu Hause gekotzt. Also, das ist kein Witz. Wirklich. Er war so gut am Riechen, dass ich gekotzt habe zu Hause. Zu krass. Oha, let's go. Da haben wir noch zwei Tots geschafft. Man sieht das schon bevor... Ja, richtig. Dieser blaue Neon... Richtig, dieser Neonstreifen. Angst vor diesen Armbändern. Wenn jemand die trägt, will ich nicht in seiner Nähe kommen, weil diese Armbänder haben vieles ausgemacht mit seinem Geruch. Oh mein Gott, Junge, was ist das? Also, du hast es schon mal rechnet mit drei Stück. Drei Stück. Depay. Moist die Meier. Ey, Mann, Robby. Am Freitag 200 Packs. Ey, Mann, hört auf, Jungs. Vibes hat am Freitag 300 bis 400 Packs. Hört auf. Das wird zu viel. Ende 11.000 Packs. Danach träume ich von den Packs, wie sie die ganze Zeit aufgehen. Lieber nicht. Komm schon, MAP-Namer. Ben Yerder, wo seid ihr? Hat der mich erschrocken jetzt, die Marni, weil ich war kurz am PC was am gucken. Manchmal auch, wenn ich irgendwo meine Handynummer eingeben muss, dann gebe ich immer meine Haustelefonnummer ein, weil ich bin so richtig lost, Jungs. Ich kenne meine Handynummer nicht auswendig, weil ich habe die jetzt gewechselt vor drei, vier Monaten und ich kriege es einfach nicht hin, sie zu lernen. Ja. Oh, da hinten ist einer. Ah, ist okay. Wir ziehen schon viele, aber wirklich nur Much. Okay, eins mache ich noch. Und dann kannst du die letzten vier. Oh, da ist einer. Wow. Den haben wir immerhin, es ist heute mal ein neuer, den haben wir nicht gezogen. Paul, bitte einmal R42 fix. Fame Soccer Crew, dein Name ist legendär. Hallo? Hi. Ich habe nie gezweifelt. Ich habe nie gezweifelt. Okay. Nummer, Nummer drei, weil ich drei, okay, das lese ich jetzt nicht vor. Danke dir, Dalandi, für dein Abo. Hm. Bei mir ist immer noch die Theorie, wenn man zu viele Packs macht, dann gönnt ihr eher immer weniger. Oh, da ist einer. Lana sogar. Lana, Lana. Let's go. Oh, da ist einer. Sogar ein guter. Das war auch verdient, weil du hast so viele, so viele Coins reingemt. Aber dann lassen wir kurz stehen, ich will eben, ich will schauen, wie viel der kostet. Okay. Vier nebeneinander. Macht man auch nicht alle Tage. Machen wir noch hier, eins. Drei. Kamara. Aber zwei Picks Neymar gezogen, das ist krank. Wirklich, wenn Neymar zieht, das sind sieben Millionen. Klar, das ist untradeable, aber trotzdem. Hä, der, der. Nice. Den hab ich jetzt gar nicht kommen sehen. Den nimmt man mit. Nehm ich mich basteln. Nummer vier nehmen wir, komm. Nummer vier, weil Tods. Und danach die Nummer sechs, weil Fame Soccer Crew es gesagt hat. Oh, Osemen. Der sieht auch sehr, sehr gut aus. Außer drei Sterne Spezialbewegung. Aber der kostet auch, glaube ich, noch 290 oder so. 250. Machen wir bitte R3 Anti-Chat-Pack. R3 Anti-Chat-Pack. Wie soll das gehen? Oh, da ist einer. Alter, Osemen. Der schmeckt. Den haben wir ja gerade schon. Warte, der ist 98 geboren. Der ist nur zwei Jahre älter als ich. Krass. Komm, danach, letzte Pack R3. Oh, mein Gott. Der kostet doch wie viel? 500k oder so. Hat sich jetzt schon gelohnt. 490. Alter, da hat er sich versteckt ganz hinten. Warte, ich bin richtig drauf, ne? Ja, doch, doch. Ja, ja, ja. Okay, okay. Oh, mein Gott. Let's go. Ja, okay, verstehe, verstehe. Bin ehrlich zu dir, verstehe. Ich hab nicht gebannt, sondern für 300 Sekunden. Ja, ja, fühle ich. Alles gut. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Alles gut. Okay, let's go. Ich bin drin, du kannst starten. Auf die stille Treppe. Ja, er ist da auf die 300 Sekunden auf stille Treppe gegangen. Auf die stille Treppe. Oh, mein Gott. Ich hab's euch gesagt, er kommt. Mbappé. Ich hab's euch gesagt, dass er kommt. Ich hab's euch gesagt, dass er kommt. Ich hab's euch gesagt, ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt, ich hab's euch von Anfang an gesagt. Ich hab's euch gesagt, mir war's von immer klar. Mir war's von immer klar. Oh mein Gott, Alter, Enes. Hobbies. Hobbies. Aber warte, ganz kurz, ganz kurz. Ja, er macht grad einfach so weiter, als ob nichts passiert wäre. Junge. Junge, Enes. Junge. Junge. Junge, wie behindert. Ich dachte schon, ich könnte zufrieden sein mit Verratti, Mann. Krass. Ist ein ruhiger Rase, Mann. Ist ein ruhiger. Er zieht einfach so Mbappé. Injuktis gar nicht. Injuktis wirklich nicht. Er setzt noch einen Namer daneben und ich bin direkt auf. Krass. Ich würde mal sagen, Titel gesaved, oder? Titel ist sowas von gesaved, Bro. Nein, moin, er zieht auch noch Deepface. Juckt ihn einfach gar nicht. Sturm ist fertig. Gib mal auch ein bisschen besser, ja? Sturm ist fertig. Nein, nein, nein. Das ist Mbappé. Weißt du, wie du heute Abend schlafen wirst? Ich würde so, wie würde ich schlafen wie ein Engel. Ich würde mich vielleicht sogar in einem Engel verwandeln, ich weiß es nicht. Noch 10 Abos, Jungs, dann haben wir die 33.200, wer mir ist. Aber dann mach so, mach so, ja, lass ihn so, lass ihn so, neben Ikadi. So will ich ihn kurz bewundern. Oh, wie Titel gesaved. Einfach nur schön, einfach nur schön. Oh, da hinten ist einer. Oh, ja. Oh, let's go. Let's go. Na, nehm mal mit, der ist gut. Aus 40 Packs, die Maria. Aber jetzt mal R3-Pack. Okay, komm beim nächsten. Dann mach ich mein Dings aus, warte kurz. Ja. Okay, jetzt, du kannst öffnen, ich schau mich hin. Jetzt kannst du. Oh, let's go, da ist der direkt. Vielleicht kommt ja noch einer. Das hatten wir heute auch noch nicht. Jawohl. Zwei in ein. Ey. Zufrieden, da ist doch noch mal eins. Noch eins, okay, warte, noch eins. Hast du jetzt reingewirkt? Gucken. Aha. Okay. Na. Ja. Oh, du moist, die Maja, Bruder. Kann doch nicht sein. Back to back to back. Oder was ist das denn? Alter. Aus dem Nichts einfach. Aus der kompletten Bedeckung. Aufsteck, okay. Perfekt. Ich steh gerne auf. Ich bin mir so warm, Alter. Okay, let's go, komm. Oh, ja. Oh, ho, 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 ho. Wie geht das? Wie geht das? Ey, weiß ich was, aber das Schlimmste ist, du hast eine... Ja, ich habe die letzte Weekend League nach zwei Spielen abgebrochen. Ich habe keine Punkte mehr für Weekend League. Ich habe mir das Spiel eigentlich schon abgeschlossen. Das ist das Traumige. Ja, genau, deswegen gibt die, ey. Und du hast einer der 100 Accounts, die das Packlack des Jahres haben. Du hast einer der 100 Accounts, die das Packlack des Jahres haben. Ey, du hast eine Fresse. Da bin ich gespannt. 45 Picks, würde mir die Nase bluten. Was ist los, Jungs? Warum soll ich mal zurückkommen? Robby, ich habe eins gemacht. Noch eins. Es können. Depay und Atal. Nein. In einem? Hast du schon gedrückt, Zeig her? Ja, ich habe gerade Chatplay angemacht, aber ich habe noch nicht ausgewählt. Okay, ich komme rein. Warte, Atal oder Delac? Waaat? Die Video-Titel ist doppelt gesaved. Ich hatte zwei Picks, Diago Silver und Mandanda oder so. Es gibt übelgabend diese Picks. Alter, Robby. Also, ich hatte halt gerade zehn Picks. Also, ich war gerade am 10. Naja, alles gut, alles gut. Das passt. Okay. Was hast du für eine Prozessor und Grafikkarte? Irgendwelche Muck-Grafikkarte und Prozessor? Oh, let's go! Let's fucking go! No way. Erstes Pack. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr, Digger. Ist jetzt nicht wahr. Alter. Bruder. Das ist ja zu bellen. Alter, fuck, Mann. Nur wenn jeder fehlt. Alter, fuck, Mann. Ich, Junge, ich kann es überleben. Alter, das ist gerade real, ne? Das ist gerade kein Prank. Junge. Das ist kein Prank. Alter, guck mal, Papa. Ich hab' mir in die Mauer gezogen, tot. Zu wild, oder? Grüße an deinem Vater. Und? Du verstehst es nicht, verstehst du es nicht. Ich soll dich grüßen, du bist gerade im YouTube-Listream. Jo, danke. Cool. Jo, YouTube. Lippen mich komplett, top. Machen wir weiter. Okay, okay. Ja, okay. Mondes, Mendes. Sag, aber jemand kennt's. Let's go! Alter. Alter. Was habt ihr alle für ein Lark, Frank? Nein. Das ist so krass, Jungs. Das ist nicht wahr. Ich mach morgen ein Highlight-Video, Jungs. Wer jetzt erst neu eingeschaltet hat, morgen kommt ein Highlight-Video. Alter, das ist wirklich... Nein, Digga, lass es nicht warten. Nein, wer jetzt in MAP gekommen, ne? Weißt du, wie das aussehen würde, so? Boah. Ey, aber Digga, aus 9 Packs schon 3 Tots. Boah, die sind krass. Was will ich mehr? Vibe, ich hab gesagt, du musst diese Packs machen. Du weißt, wie die 25er drauf sind. Vielleicht stimmen die noch? Was? Noch ein Tots, Digga? Du hast mein Ohr geschlachtet. Du hast mein Ohr so geschlachtet, Bro. Ich hör deinen Schrei während ich schlafe später. Nicht schlimm, alles gut. Alles gut. Mehr Packler geht nicht, Digga. Das ist ja... Warte, warte, lass mich mal kurz ein Bild davon machen, das sieht zu krass aus. Das muss nur mein Ort, einfach so am Handy. Kann doch nicht sein, Jungs. Das liegt diese andere Vibe, ich schwöre. Das heißt ja, LA Vibes, Jungs. Komm, die Nummer 3. Komm. Ja, da ist einer, bitte. Und zwei. Oh mein Gott, ich hab noch so gesehen. Ach, Mann. Krank. Wir wollen Neymar, nein, ich will Ben Yedda haben. Neymar hatten wir heute schon und Mbappé auch schon. Reikovic, was willst du denn? Oh. Oh. Nimm mal mit. Besser als... Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Ja, da ist immer noch ein Zweiter drin. Ja, eigentlich schon. Okay, eigentlich aber nur. Aber nimm mal mit. Ey, Chat, was sind das für Packs? Das ist zu krass. Thiago Silva, Marquinhos, Bank. Ja, ab wer steht, weil Thiago Silva zu wenig Pace. Krank, Paul. Anders, Millionär. Ah. Ja, aber immerhin zwei direkt aus einem. Das ist gut. Oh, das ist weg. Oh, oh. Nein, wie kann man so Päsch haben? Ey. Na ja, PS-PCs. Ja. Er kommt, wenn noch ein Verratti kommt, dann schenke ich dir irgendwas, irgendeine PSL-Karte oder so. Das ist zu krass dann. Triple Verratti. Oh mein Gott. Pick up, hey, Frank-Rapel. Schick mir deinen Insta-Namen, PSL-Karte kriegst du. Ich darf nie Geld machen im Stream. Ich darf nie Geld machen im Stream. Ich darf nie Geld machen im Stream. Ich darf fast immer im Minus. Oh mein Gott. Ey, Mann, das gibt es doch nicht. Ja, das ist doch, wenn du sag mal, Name. The Real Fans krank. Nein, sag nicht, er hat wirklich 100 Picks, dann bin ich auf. Ey, das wird zu viel. Pro-Luki bitte nicht. Er hat wirklich 100 Picks, Jungs. Er hat wirklich 100 Picks. Er hat sogar noch für Champion Awards, warte, ich geparty. Achso, okay, das ist vielleicht von den letzten... Bist du Elite-Spieler oder Gold? Na, letzte zwei Wochen bestimmt, ne? Ähm, unterschiedlich. Okay. Die waren jetzt Gold, glaub ich. Okay, okay. Dann kannst du starten. Wir sind bereit. Ich bin gespannt, was bei dir kommt. Wir haben ja schon gute Sachen, aber bei 80 bis 100 Picks, da muss ja was kommen. Ah, ich hoffe es, Alter. Mach ich erst mal, hey, die Graben 4. Okay, komm. Okay, das ist Bundesliga. Ah, nulig, das ist so gut. Komm, da kann nur Leva hinter sein, als er jetzt beim nächsten Pick. Leva, Sancho. Komm schon. Ah, okay, der ist gut. Der ist sehr gut, eigentlich. Alter. Alex ist, glaub ich, ähm... Ist der nicht 400k-Wert, ich glaube? Oder war dieser Jonathan 400k-Wert? Ja, warte, ich vertu mich. Ich muss mal kurz schauen, gib mir eine Sekunde. Oder war Jonathan, der 400k-Wert war? Ne, Jonathan, der kostet 270, okay. Oha, Hannanis ist gut. Ach, ich bin Hannanis safe. Ja, safe. Danke dir, Hannanis, für dein Abo. Jetzt aber. Ich sage, es kommen sieben Tots. Predigt dich einfach mal. Oh, da ist der erste. Ey, Mann. Ey, ich glaube, die Gun-Garding. Nee, ich glaube auch nicht, wenn du zu viele vorbereitet hast. Danke dir, Maze, für dein Abo. Oh, Ben Yedda! Du, wir haben heute alle gezogen. Wir haben Ben Yedda, Nehmer, MVP gezogen. Ich kann Titels gesafed. Superlach. Du, Mashallah, so hübschig. Alter. Ey, MVP sage ich schon, Ben Yedda. Alter. Ey, die Karte, ne? Geistig. Einfach, das ist wirklich einfach nur schön. Wir haben einfach alle gezogen heute. Wenn mich Anna fragt, wen hast du gezogen? Wir haben alle gezogen, sage ich. Die Besten waren alle gezogen. Oh, mein Herz. Und du hast ja noch 70 oder so. Die Packs sind so OP. Jetzt habe ich alles gesehen, das ist krank. Da hinten ist einer. Oh. Wir haben ja, korrekt. Auch Rating hoch. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wie viel hast du jetzt? Vier, glaube ich, ne? Oh, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe drei. Oder vier mit Kamera. Ja, richtig. Alle Top 3 Tots gezogen. Oh. Also einer. Die Maria auch noch. Die Zäck. Keine Ahnung, was dazu sagen soll. Ich hätte so gerne jetzt Coins. Hätte ich mal lieber nicht mehr in die Scheiß-Sache-Armeine-Coins gehauen. Das sind die besten Packs, die ich hier gesehen habe. Jede zehnte Pack ist einer. Gefühlt. Nur wegen Insignia. Real Talk. Hätte ich nicht so auf Insignia gegeiert? Also einer. Marquinhos auch noch. Der ist sogar gut. Der ist sogar sehr gut. Qualität Pacewert und alles. Ähm, mache nicht, wenn du nicht sagst, soll mich einladen. Was? Und bei dem anderen nicht heiß. Also bei dem einen ist komplett Müll, bei dem anderen dann wieder komplett gut. Das ist voll Zufälligkeit. Bei mir waren die bis jetzt Müll. Da ist einer. Oh mein Gott. Korrekt, Junge. Alter. Du ziehst auch alle guten noch. Du ziehst keine schlechten. Oh, da ist einer. Ah, Ralkovic. Hat einer gerade gefragt, ob wir Atal gezogen haben? Alter. Jungs, hat doch, hat gerade einer gefragt? Jemand hat doch gerade gefragt, ob wir Atal gezogen haben. Was war nochmal? Hey, krank. Ja, einfach Atal und Benjeda gezogen. Das ist krank. Wie viel hast du investiert? Also 1,4 Millionen. Ja, okay, hat sich mehr als gelohnt. Hat der nicht auch noch Benjeda? Hat der gezogen, richtig? Er kann uns ja gleich nochmal im Verein alle zeigen. Oh mein Gott. Bruder, ist zu krass. Fehlt noch Renato Sanchez. Haben wir auch schon gezogen. Renato Sanchez haben wir auch schon gezogen. Awa würde noch fehlen. Aber Awa ist jetzt keiner, den man braucht, finde ich. Alle haben wir gezogen. Die Maria sogar zweimal. One more, one more. Kommt, Jungs, one more. Einer noch. Jetzt macht er aber auch voll. Jetzt geht er bis 99 hoch. Jetzt macht er auch voll. Jetzt macht nicht so. Das hat der alles gezogen aus, ich würde sagen, knappe 100 Packs. Und dann noch 5, 6 Duplikate. Also wenn das keine gute Ausbeute ist. Lass mich das kurz fotografieren. Und damit haben wir 100 Subs. FIFA 18 Predictions. Danke dir. 100 Subs sind geschafft, Jungs. Und 101 sind direkt geschafft. Donnerstag, 11 Freitag kommt ein dicker Stream. Mod von mir macht 400 Upgrade Packs. Also Awa, der ist gut. Der ist richtig gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017